Ich grüße dich. Heute geht es um ein Thema, das in letzter Zeit oft kam, vor allem oft per Mail kam, und zwar es geht um die Gratis-Online-Kurse. Und da kam dann oft, hey Moment mal, ja, aber ich musste im Shop zahlen und ich habe da was zahlt. Ist das irgendwie so eine versteckte Abzocke, die du da machst? Gut, zu dem Thema. Wenn du mich irgendwo gesehen hast, ich nehme mal an, in einem Interview, auf YouTube, in, keine Ahnung, in einem Magazin, was auch immer, dann wirst du sehen, dass ich dort immer von der Homepage wissenschaftfreiheit.com mit zwei F geschrieben, oder, eben weil es so viele falsch geschrieben haben, wir sind frei.com spreche. Und dort zeige ich dann, oder erkläre ich, okay, gibt es einen Menüpunkt, der heißt Kurse, und dort kriegst du alle derzeitigen Kurse mit den knapp, was werden sie jetzt sagen, also bearbeiten wir gerade wieder knapp 150 Videos, kriegst du vollkommen kostenlos. Und es steht auch ganz klar darunter, warum wir das so machen. Es geht um die Dezentralisierung der Bildungsmacht, es soll jeder Zugang dazu haben. Und wenn wir bei Bildung am Geld scheitern und das nur manchen wieder zur Verfügung stellen und Co., dann kommen wir irgendwann zu dem, wo wir eben jetzt sind. Und genau das wollen wir eben nicht. Und wir wollen eben nur das annehmen, was man uns gerne und freiwillig gibt. Und jetzt zu dem anderen, warum gibt es die auch zum Kaufen, die Kurse? Ich habe es dort erklärt, aber ich mache es jetzt nochmal hier im Video. Und zwar, es gibt eine GmbH, das ist die all4brain.com, die Seite, mit einem Vierer geschrieben, also all4brain.com, und dort gibt es einen Shop, da gibt es die Kurse auch alle zum Kaufen. Das ist die GmbH. Im Vergleich eben zu Wissenschaftsfreiheit, das ist der Verein. Und die GmbH haben wir einfach nach außen, da haben wir die ganzen IT-Kosten, da haben wir die ganzen Serverkosten, da bin ich früher mal in Firmen gegangen und wenn es da Workshops gegeben hat, habe ich das natürlich über die GmbH abgerechnet. Du kannst über die Vereinsseite, wie gesagt, unter Kurse, all diese Kurse beziehen. Den Shop gibt es wirklich rein nur für diejenigen, die uns freiwillig und gerne unterstützen wollen, damit wir unsere ganzen Kosten damit decken können, was auch immer wieder mal Leute regelmäßig tun. Danke dafür. Und auch in der Überweisung dann reinschreiben, so nette Berichte wie, ja, wir nutzen die Kurse schon zwei Monate und aus Respekt haben wir es jetzt auch bezahlt. Kosten ja auch nicht übermäßig viel. Und genau dafür gibt es das. Also du kriegst nicht mehr, wenn du das bezahlst, du kriegst genau das Gleiche wie in den Kursen. Also wie in den kostenlosen Kursen. Das bleibt auch so. Alles, was mit den Kindern, mit der Schule und Ähnlichem zu tun hat, bleibt kostenlos und wird auf freiwilliger Basis bleiben. Und wie gesagt, du kriegst nicht mehr deswegen und auch alle zukünftigen Kurse werden genau nach dem gleichen Prinzip aufgebaut werden. Du kriegst mit diesem einen Code von der Vereinsseite alle freigeschalten und du kannst ihn freiwillig auch kaufen. Ja, ich hoffe, das Thema ist in Zukunft dann nicht mehr so oft da. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Alles Gute.